So, meine Damen und Herren, machen wir mal nicht weiter. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin richtig. Die Stimme könnte von Kyle Crane sein, auf Dying Light. Dann kann ich auch einmal kurz da machen, du bist nur ein paar hundert Meter weiter. Ich bin richtig. Hallo Freunde, hallo Freunde, ich möchte gerne auch mal spielen. Ich bin echt, ich bin da oben. Ich bin echt, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit! Der kann mich sehr schnell downen! Der kann mich sehr schnell downen! So, ich bin am Besuchgebiet! Here it is! Maggie, things are bad. Really bad. We met a local man who showed us a way to Henderson. Tonight we're hiding in a cave. It's simply too dangerous to move around in the dark. Tomorrow we're gonna try and reach the town. Okay, you're not showing up here yet. Ach da Die Figur einfach beendet ist Und den Weg nicht wieder zurücklaufen kann, den er vorher kurz runtergekommen ist Und den Weg nicht wieder zurücklaufen Äh, wo komme ich da raus? Danke. Danke. Ich will nicht, dass du freiwillig bist. So, du kam nach mir, ich sehe. Du denkst, dass ich gefährlich bin. Du hast deinem Gehirn geblieben. Und jetzt muss ich sterben. Du kannst nicht sehen, was ich versuchen zu tun? Ich habe mich aber sehr, sehr schnell runtergeprügelt. Boatwurst-Lathe Du hast mir so nehmt ihn. Alles klar, dass du nicht wieder zurückgetragen sollst. Das ist mir so nehmt ihn. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier waren wir ja schon Die gehen mit ein Schlag, die gehen mit ein Schlag Oh shit, look at this You see the entrance? I'm still looking for This place is cool Oh shit, look at this I'm still looking for I'm still looking for Looks like I found a door Found some stairs, Artie They lead down into some kind of crypt How's the entrance? Is it accessible? Nah, the damn thing completely flooded Shit, alright Stay there, we're on our way down Maybe Trevor can figure something out Sure I ain't got nothin better to do denn stand around in the dark Was ist das? Okay, Trevor, get us out of here. We need to be ready. When this all started, I thought I was going to die. Nothing much has ever gone my way, but somehow here I am. So you're gonna wander around in those dark colors? Yeah, you're dead. Been nice knowing you. Everyone's holding up about as well as you'd expect, but they can't keep this up forever. The stress is too much. I think they're 11, 1st, 1st, 1st and 1st, 1st. Of course. We should... You really think we can get past this? I need a pump. Before we left, I talked to an old man from Hawaii. He worked in these tunnels when the Aussies were here, and they said there's still equipment in a workroom not far from here. There should be a pump in there. There should be a pump in there. Can you bring it back? I'mma try. Good. Once you bring the pump back, I'll take care of this water. There's toiletmangles. You go get it. We'll keep an eye on the place. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gibt es auch noch einen Camp in der Nähe? Du bist mir aber nicht sicher genug. Kann ich, ok ich fahre. Kann ich dahin fangen oder ist es abgefackelt? Ich weiß es gar nicht. Dann fahre ich dahin. Diggi, dich wollte ich gar nicht. Diggi, warum zeigst du mir jetzt hier? Diggi, ich habe vier MGs, ne? Ich laufe doch nicht viermal da hin und her, du Bastard. Diggi, wir sehen, was wir hier haben. Ich muss vielleicht mal was gucken, wenden, ja. Aber ich will ja gleich mal gucken, wo er mich reinnetzt und ob ich die Bisszung gleich nochmal neu starten muss. Vielleicht dachte ich gleich an. Und ich will jetzt gucken, wovor er mich absetzt. Er setzt mich komplett woanders ab. Er setzt mich da ab. Gut, dann beende ich das nämlich für heute hier. Ich laufe jetzt. Wie gesagt, dann gehe ich einmal kurz einkaufen und werde dann an eine spätere Stelle an dieser Stelle fortfahren. Ich lebe das ganze Zeit an. Vielen Dank.